Moselle Trainer Jürgen Klopp glaubt, dass der Ägypter, der zum Spieler der Saison gewählt wurde, sogar noch besser werden kann. Er hat eine außergewöhnliche Saison gespielt, aber ist jung und hat genug Potenzial, um noch besser zu werden. Das sind gute Nachrichten für uns und für ihn drohte Klopp auf der Pressekonferenz nach dem letzten Ligaspiel gegen Breiten, 4 zu 0 der Konkurrenz. Doch eine genaue Zielvorgabe will Klopp seinem Stürmer nicht machen, ich habe keine Torvorgabe für ihn, weil es ist sehr schwierig so oft zu treffen, ansonsten hätten es schon andere geschafft, die Premier League Highlights im Teil wie auf Sport 1 Ammo, 22,45 Uhr. Auch Selle selbst glaubt, dass er seine herausragende Saison wiederholen kann. Ich versuche mich immer zu verbessern, darauf bin ich sehr stolz. Ich werde es nächstes Jahr wieder machen, macht euch da keine Sorgen. Teilen wie terne Mail-Kommentare. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020